die speistige reiste reisen selten bis elba machte euch halt selber mal gucken wie lange das diesmal geht 0,1 micro ampere led ist am flackern ja ist auf jeden fall schon mal mega wenig und so aber wenn ich ja keine ahnung wie muss man das jetzt sagen wenn ich ok jetzt wechselt 0 mal gucken ob also 0,1 0 0,1 jetzt macht das irgendwie nicht eigentlich müsste das minus anzeigen 0 darf ich versuchen wenn ich mit dem finger er drauf gehen so mehr heller werden nein wird es nicht okay es ist irgendwie stabil wir machen mal den Kondi jetzt ab ich glaube dann sieht man was ich meine Kondi ab leuchtet immer noch immer noch null das gibt es auch gar nicht eigentlich müsste das mal was ziehen ich könnte jetzt nur mal das Labornetzteil anklemmen um zu gucken beziehungsweise dass ihr das halt seht das normalerweise müsste das Minus anzeigen das gibt es auch gar nicht wir machen die Batterie mal ab und das Labornetz daran wenn wir betreiben setzen wir mit den 1, zerquetscht da müsste man das eigentlich sehen ich bin ein Trottel ich hatte Plus und Minus ich weiß nicht ob es im Video aufgefallen ist hier hatte ich Minus da gehört aber der Plus hin und dann zeigt es nämlich auch Minus an ey das macht einen total knorre das gibt es gar nicht so jetzt probieren wir das einfach noch mal ich mach das Labornetz ab also wenn wir jetzt hier hier was rausziehen aus der Klemme zeigt es Minus an so tun wir das weg klemm die Batterie wieder an das ist jetzt die ganze Zeit jetzt sind wir nicht im Plus LED leuchtet wieder ihr habt es ja vorhin gesehen im Plus müssen wir kurz warten vielleicht kommen wir ja doch irgendwie ins Plus wieder aber wahrscheinlich geht es jetzt wieder nicht mehr ich kann den ausflippen ah jetzt sieht es habt ihr gesehen im Video von 2 Plus Mensch Mario ok ich glaube ich habe es jetzt gefunden wie ich wie ich euch das zeigen kann das ist total verrückt erstmal fällt die Batterie irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt ich glaube nicht hier abmachen geht es auch nicht das ist ja eigenartig also ich muss eigentlich und zwar jetzt sind wir bei 1,314 wenn ich jetzt die Batterie raus mache zack zeigt es positiv an aber die Spannung im System fällt es leuchtet zwar noch aber wieso das müssen wir doch negativ anzeigen warte mal der Conti ne warte mal weil der Conti nicht direkt auf dem Eingang ist oder was Plus Plus ist er direkt dran und Minus ist immer vor dem Messgerät aber wieso misst das Messgerät dann jetzt abklemmt geht es ja nicht mehr ne oh moin jetzt geht es doch ohne Conti hä what der Conti ist abgeklemmt also guck mal wie geht denn das jetzt der Conti ist ab hier das ist aus ok könnte gerade ist gerade ausgegangen hä hä das ist ja eigenartig aber ich blick hier nicht mehr drüber den Conti mal direkt an Eingang jetzt leuchtet es wieder jetzt ist wahrscheinlich noch die Ladung im Conti ja jetzt haben wir noch die Ladung im Conti na gut jetzt passt es aber das war weil ich davor gemessen aber was hat das da gemessen das ist ja eigentlich unterbrochen hier na gut wird jetzt halt immer leerer ziemlich schnell sogar aber wieso ging das gerade ohne ohne Ding das verstehe ich nicht jetzt probieren wir jetzt nochmal guck mal wenn ich jetzt wieder abklemm ist ja abgeklemmter Conti das ist jetzt so kein Labornetz oder so mehr dran das Multimeter macht das jetzt oder was warte mal ich kann ja mal das Voltmeter abklemmen naja was hängt denn da hier jetzt noch dran eigentlich nur der Minus der nicht angeklemmt ist wenn ich den weg mache ist es aus wenn ich den da an mache ist es auch aus gut kann es sein dass das gerade die Spannung war wo es sowieso auszugangen ist jetzt machen wir noch mal kurz den Conti ran das ist aus zack an Conti ab jetzt haben wir irgendwie 0,7 Volt das ist ja auch nicht angeschlossen jetzt suche ich mal ach so hm da geht dann wahrscheinlich bei 0,4 geht es aus ja aber wo ist denn die Energie jetzt hier gespeichert so jetzt so bei 0,5 ungefähr geht es aus hm da müssen wir mal ja gut wenn ich aber jetzt also machen wir nochmal den Conti ran da haben wir 0,8 langsam fallend Ampere 0 machen wir das Multimeter mal ab noch Multimeter ab ah ne liegt auch nicht der Multimeter Spannung ist zu weit gefallen ähm ja ich pass mal auf das tun wir jetzt einfach mal spaß und selber das Labornetz da nehmen WTF und laden den Conti mal schnell so dass wir ja 1,3 Volt drauf haben soll dann jetzt das Spiel nochmal also aus machen einmal mit dem Kondensator so an was 1 Volt und jetzt jetzt fließt 0,1 hat es kurz angezeigt jetzt können wir schnell machen ihr seht ja hier die Spannung die fällt ich mach ab es ab und es geht noch ja moin jetzt sehnsche dass jetzt noch das Millimeter hier Energie reinbringt ok ok jetzt ist alles hä ah ne hier ist ja noch ein Kondi huch Entschuldigung hier ist noch ein ah habe ich vergessen hier ist noch ein kleiner Kondi ne 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 wie kann denn das so lange an den Logen ah hier ist noch ein Mühe Kondi aha da war das der wenn ich den kurz hier ran ich habe jetzt schon gedacht alter aber den kann ich jetzt nicht abklemmen ne wenn ich den abklemmen und jetzt kurz ich glaube wenn ich ran gehe geht es ne ne geht nicht wenn ich mit dem Kondi ran gehe geht es nicht wenn ich den jetzt wieder ran mache da ist der 50 Volt geladen oder was so geht es nicht einmal ran geht es auch nicht mehr ne keine Ahnung da tun wir jetzt noch mal kurz also das ist echt eine Katastrophe ne da war vielleicht jetzt da können die noch geladen oder so oh mit einer Hand an die Scheiße hey ich tue jetzt einfach die Batterie noch mal rein und wir laden das ganze System noch mal kurz das geht die Krogeklemmen nicht zusammen ich wäre hier wahnsinnig so jetzt müsste es ja wieder leuchten ja volle Bube jetzt ist klar da ist ja die Batterie dran die übrigens vorhin schon mal leer war bei boah was war denn das die ist auf äh 0,4 zusammengebrochen und war dann halt aus so jetzt schließen wir den Kondi mal noch mit an dass der geladen wird klemmen den ab machen die Batterie raus machen die Batterie raus und diesmal ist sofort alles ne jetzt machen wir hier wieder unseren Tipps und es geht nicht mehr hä das gibt's doch nicht jetzt geht's nicht mehr keine Ahnung keine Ahnung die das ist ja die 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 Vielen Dank.